Endlich wieder Freitag und das bedeutet natürliche Challenge Time. Wir stellen uns erneut dem NASA PC in der Kick Base Championship Challenge. Und damit Moin und Hi zu Liga Insider Daily. Ich bin Max und ich habe auf jeden Fall was gut zu machen, denn die letzten beiden Male, die hat der NASA PC gewonnen und ich werde einfach mal versuchen, meinen persönlichen Rekord einzustellen. Der liegt aktuell bei 1483 Punkten, seitdem wir das Ganze machen. Ist nicht besonders viel, aber die sollen es mindestens mal werden an diesem Wochenende. Und wie ich das Ganze anstelle, das zeige ich euch jetzt. Lasst ihr auf jeden Fall jetzt mal ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Eure Meinung rein in die Kommentare und damit rein ins Video und viel Spaß. So, damit sind wir drin in der App und wie immer zeige ich euch zuerst, was der NASA PC veranstaltet hat im Schnelldurchlauf. Dann gibt es mein Team und im Anschluss dann die Updates aus meiner privaten Liga. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Also, meine Freunde, der NASA PC von Svenno und Lennart, der geht rein mit einem knackigen 3-6-1, also voller Fokus aufs Mittelfeld. Und im Kasten haben wir Ralle Fährmann gegen Stuttgart. Dann kommt dazu Mavropanos, Jeffrey Gauveleo, interessant. Die sind zu Gast bei der Hertha. Und dann der erste Block. Und zwar der Bayern-Block mit Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Jamal Musiala. Alle drei Jahre im Einsatz, im Spitzenspiel gegen Union Berlin. Also, das wird interessant. Dann kommt der Dortmund-Block mit Jamie, Beino Gittens, Julian Brandt und im Sturm haben wir Sebastian Haller. Die sind im Einsatz gegen Hoffenheim, also auch das nachvollziehbar. Und dann haben wir noch zwei Männer auf weiter Flur. Das ist einmal Kevin Stöger vom VFL und Dominik Soboslay. Der ist mir ja im Video vor zwei Tagen so ein bisschen um die Ohren geflogen. Bin mal gespannt, ob der wieder so eine gute Leistung bringen kann. Das auf jeden Fall die Elf des NASA-PCs. Und wie ich das Ganze aufgestellt hätte oder aufgestellt habe am Wochenende, das zeige ich euch jetzt. Und ich kann euch direkt mal sagen, es gibt drei Übereinstimmungen. Der Rest ist komplett unterschiedlich. Wir setzen das Ganze jetzt erstmal zurück. Und wir spielen auch mit einer Dreierkette, aber mit einem 3-5-2. Und unser Keeper, da muss man echt ein bisschen runterscrollen, ist Oliver Christensen von Hertha BSC. Und ich bin noch nicht fertig mit Hertha-Spielern. Denn wir haben noch zwei weitere dabei, tatsächlich. Wir gehen mit Marton Dardai und mit Marco Richter. Hups, wo ist er denn? Sag mal. So, Marco Richter. Ja, drei Hertha-Spieler. Also ich schöpfe das volle Kontingent aus. Die Frage ist jetzt, warum? Also, zum einen haben mir die Berliner tatsächlich ganz gut gefallen. In den letzten beiden Spielen gegen Borussia Mönchengladbach sowieso. Da haben sie 4-1 gewonnen. Gegen Borussia Dortmund haben sie zwar 4-1 verloren, aber spielerisch fand ich das gar nicht so schlecht, was die da gemacht haben. Dardai eben ein Riesenspiel gemacht gegen Gladbach, gegen Dortmund war es so lala. Das Gleiche gilt für Marco Richter. Wobei ich finde, dass dem die neue Position in der Dreierkette auf dieser rechten Schiene extrem gut liegt. Da kommen eben alle seine Stärken zum Vorschein. Eben seine Schnelligkeit, seine Laufbereitschaft und seine Kampfbereitschaft vor allen Dingen. Und dann kommt noch dazu, dass die Augsburger auswärts aktuell eben nicht so gut drauf sind. Zuletzt zweimal verloren in der Ferne. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ich für wenig Geld in diesem Fall viele Punkte machen könnte an diesem Wochenende. Mit Hertha-Spielern ist zwar ein ganz, ganz soes Risiko. Ich weiß das selber. Ich kann selber gar nicht so ganz glauben, was ich hier mache. Aber ich nehme diese drei auf jeden Fall mal mit. So, dann geht es weiter mit einem Kandidaten. Den hatten wir schon öfter in den letzten Wochen. Und das ist Jeff Chabot. Und warum hatten wir den öfter? Einfach, weil der richtig gut punktet. Schaut es euch an. Zweimal nur unter 100 Punkten geblieben. Letzte Woche natürlich ein bisschen verkackt. 3 zu 0 gegen Stuttgart. Aber trotzdem immerhin 66 Punkte gemacht. Also Rohpunkte. Da ist immer Verlass drauf. Jetzt geht es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Gegen die sah man A in der Vergangenheit immer ganz gut aus. Und B haben die Kölner echt was gut zu machen. Genauso wie Jeff Chabot. Deswegen glaube ich, das wird ein gutes Spiel. Und dementsprechend auch eine gute Punkteausbeute. Und dann haben wir zwei Kandidaten vom FC Bayern. Einmal genau wie der NASA-PC Benjamin Pavard. Ich bin mir sicher, der wird spielen am Wochenende. Alleine durch den Ausfall von Dayot Upamecano. Und dann habe ich mich nicht für Kingsley Coman, sondern für Leroy Sané entschieden. Aus dem einzigen Grund, dass der in den letzten Wochen ja jetzt nicht überragend war. Und ich das Gefühl habe, da wird wieder ein Knoten platzen. In absehbarer Zukunft. Ihr seht selber, seit dem 18. Spieltag kein Tor mehr geschossen. Zweimal sogar unter 100 Punkte geblieben. Ich habe aber irgendwie ein Gefühl, dass der ein extrem gutes Spiel machen wird. Gegen Union Berlin. Und glaube, das wird eine absolute Machtdemonstration. Im eigenen Stadion. Die Bayern wollen zeigen, wer der Herr im Haus ist. Die Bayern wollen zeigen, wer der Herr in der Liga ist. Und deswegen glaube ich, ist nicht viel zu holen für Union Berlin in München. Und der Leroy Sané wird mal wieder eine Butze machen. Das ist zumindest die Theorie. So, soweit, so gut. Dann habe ich noch drei Plätze übrig im Mittelfeld. Und die gehen allesamt an Dortmund-Spieler. Denn ich bin mir sicher, der BVB wird den Hoffenheimern die Levitten lesen. Auch wenn es auswärts ist. Auch wenn es in Hoffenheim ist. Ich glaube, die Kreichgauer, die kriegen da eine richtige Packung. Und wir fangen direkt mal mit den beiden Offensichtlichen an. Einmal natürlich Jude Bellingham. Und auf der anderen Seite der Form entsprechend natürlich auch Julian Brandt. Und dann habe ich mich genau wie der NASA-PC auch dazu entschieden, das Risiko einzugehen. Und ich gehe auch mit Jamie Beino-Gittens. Einfach, weil der in den letzten Wochen überragend aufspielt. Es macht unfassbar Bock, dem zuzugucken. Straßenkicker sucht immer wieder. Das 1 gegen 1 schießt Tore. Erzielt Vorlagen. Und dasselbe erhoffe ich mir einfach am Wochenende. Und dazu Julian Brandt und Jude Bellingham. Brauche ich jetzt nicht so viel sagen. Schaut es euch selber an. Bellingham gegen Hertha auf der Bank gesessen. Der wird mit den Hufen scharen. Der wird spielen wollen. Der wird Punkte machen wollen. Und Julian Brandt, alles was der macht, funktioniert im Moment. In den letzten 3 Spielen jeweils getroffen. Also warum nicht auch gegen die TSG Hoffenheim. Dann noch die beiden Stürmer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich habe mich ein bisschen schwer getan am Wochenende, was die Auswahl anbetrifft. Denn wenn wir mal auf die Matchups blicken, dann fällt auf, da gibt es kaum eine Partie. Ausgenommen vielleicht mal das Dortmund-Spiel. Wo du sagst, die eine Mannschaft ist brutal favorisiert und die andere eben nicht. Deswegen fand ich das nicht ganz so einfach, welchen Stürmer ich dann am Ende des Tages rauspicken soll. Oder welche Stürme mehr. Ich habe mich jetzt entschieden auf der einen Seite für Markus Thüram. Bisschen Risiko behaftet das Ganze, denn der ist echt nicht so gut drauf in den letzten Wochen. Hat eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt. In der Rückrunde hakt es aktuell. Hat jetzt zwar getroffen gegen Bayern, aber die waren das ganze Spiel in Unterzahl und dann noch in, beziehungsweise nach Einwechslung. Ich bin mir aber trotzdem sicher, der wird heute spielen gegen Mainz. Wir können uns das Ganze natürlich anschauen dann um 19.30 Uhr und uns vergewissern. Und wenn der wirklich zum Einsatz kommt, dann glaube ich, platzt da einen Knoten. Ich gehe das Risiko auf jeden Fall ein und nehme den mal mit. Und der letzte Stürmer kommt aus einem Matchup, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Und das ist Werder Bremen gegen VfL Bochum. Und jetzt wisst ihr natürlich, um wen es sich handelt. Es ist Niklas Füllkrug. Den hatten wir schon ein paar Wochen nicht mehr dabei. Warum? Ist schnell beantwortet. Denn in 2023 ist er bislang noch nicht so überzeugend. Also klar, diese zwei Treffer gegen Wolfsburg, die waren überragend. Ansonsten zuletzt dreimal schon ohne eigenen Treffer geblieben. Nur drei Tore insgesamt in 2023. Das ist nicht schlecht. Aber das ist auch nicht der Niklas Füllkrug, den wir in der Hinrunde über weite Strecken gesehen haben. Trotzdem jetzt zu Hause gegen Bochum. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich glaube, der macht wieder so ein, zwei Hütten. Und am Ende des Tages bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Team eben meinen bisherigen Rekord dann brechen kann. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze aufgestellt hättet. Und jetzt werfen wir noch schnell den Blick auf meine private Liga. Und da ist tatsächlich einiges passiert. Ihr seht schon, ich habe Geraldo Becker verkauft an einen Konkurrenten. Der hat mir einfach nicht gut genug gepunktet in den letzten Wochen. Jetzt, wie gesagt, auswärts bei den Bayern. Ich glaube nicht, dass da was drin ist für die Berliner. Deswegen habe ich den abgegeben. Und als Ersatz konnte ich Leroy Sané verpflichten. Den habe ich ja auch aufgestellt in der Challenge. Wie gesagt, von dem erhoffe ich mir einiges. Und auch Donjil Mahlen ist neu im Team. Ich weiß, der wird wahrscheinlich nicht starten. Aber hat sich letzte Woche mit einem Tor bewiesen. Vielleicht kommt er ja wieder rein und macht dann ein Joker-Tor. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Und auch Maximilian Bauer habe ich mir zugelegt. Als Reaktion auf die Verletzung von Felix Udukay. Da musste ich schnell reagieren. Habe dann quasi den direkten Ersatz geholt. Auch wenn der wahrscheinlich nur gegen Hertha zum Einsatz kommt. Und dann ab nächster Woche wieder Oxford den Vorzug bekommt. Aber für dieses Wochenende reicht es auf jeden Fall. Aurelio Buta, den werde ich jetzt abgeben. Da waren die letzten Spiele einfach zu enttäuschend. Ansgar Knauf macht da Druck auf der rechten Seite. Ich glaube nicht, dass der bedingungslos gesetzt sein wird in den letzten Wochen. Deswegen das Geld investiere ich jetzt lieber anders. Und dann bin ich wirklich genau auf Null sozusagen. Also besser hätte ich die Kaderplanung da kaum machen können. So, in der Tabelle bin ich natürlich Erster, wie sich das gehört. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Das gilt es natürlich zu verteidigen. Dafür gebe ich alles an diesem Wochenende. Und dann hoffe ich einfach, dass das auch irgendwie funktioniert. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Erfolg für den Spieltag. Auch dass eure Lückenfüller eskalieren. Eure 500k-Spieler 100 plus Punkte holen. Und dann sehen wir uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020